Die Laura ist heute bei uns. Was bekommst du für ein Piercing? Einen Nasenpiercing. Später für einen Ring oder nur? Ja. Mal gucken. Ja? Okay. Nicolo hat die sterilen Handschuhe an. Genau. Sterile Handschuhe sind startklar. Dann können wir auch schon loslegen. Wir haben trotz alledem optimiert für einen späzeren Ring auf 7 mm Stichkanalenhöhe ausgesucht. Hat sie sich in 3 mm herausgekürzt. Ja und dann können wir loslegen. Cool. Sitzt du so bequem? Ja. Perfekt. Augen darfst du schließen, wenn du magst. Wir setzen jetzt erstmal das Receiving Tube an. Okay. Receiving Tube sitzt. Soll ich einfach machen? Ich mach einfach, ne? Und Nasenpiercing ist gestochen. Das war's schon gut. Laura hat sogar die Augen aufgelassen. Machen auch die wenigsten. Machen Augen zu. Wie geht's gut? Ja. Super. Ich kann auch noch keine Krokodils drehen. Noch nicht. Noch nicht. Aber vielleicht gleich, wenn der Schmuck dran ist. So. Machen wir den Schmuck drauf. Schmuck ist drauf. Wir setzen den Schmuck ein. Schmuck ist drin. Unter ist drin. Fertig. Schrauben wir noch in den Stein fest. Und, fandst du es schlimm? Ne. Von der Skala von 1 bis 10? Drei. Drei? Ne. Ja. Du weißt ja nicht schlimm. Cool. So. Die Schrauben noch in den Stein fest. Der Stein ist fest. Dann bringen wir es in die richtige Position. Und da ist dein Nasenpässe. Schnell. Süß. Wie steht dir? Gibt schön aus. Du gehst wirklich schön aus. Perfekt. Ja. Du gehst wirklich schön aus.